Ich zeige heute meine Starting Four von den Hamburg Panthers. Im Tor bin ich mir noch unsicher zwischen Jalle und Eddy. Jalle wird immer besser, seine Leistungskurve fährt ihr nach dem Torstrang und sie ganz unten. Aber danach bauen wir ihn wieder auf und dann kommt er wieder auf das Level. Ganz klar hinten, Bank hinten ganz klar, fix so Eddy. Dann auf dem Bein Allers auch Eddy, würde ich sagen. Dann der andere Eddy, wegen seiner Schnelligkeit. Seine Dribbelstärke fast so stark wie Meier. Vorne Deutschlands einziger Pivot. Ganz ganz wichtig, Dreh- und Angelpunkt. Alle Bälle, Männer. Mach die extra von Eddy darüber. Immer Eddy anwirken. Eddy einspielen, Tor. Auf der Bank haben wir noch... ...Erdinho. Edson. Edison. Und Edmier. Winkel. Das ist meine Studying-Ford für die Amopanthes. Die Amopanthes. Die Amopanthes. Die Amopanthes. Die Amopanthes. Die Amopanthes. Die Amopanthes.